Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wochenorakel im Zeitraum von 13. November bis 19. November 2017 Diese Orakel lese ich aus dem Lönnumartgarten von Großer Legung. Viele Menschen haben zur Zeit Angst, was die Finanzen betrifft. Es kommt aber eine Verbesserung. Einige Menschen führen Gespräche, sogar mehrere Gespräche über Finanzen, über Geld. Und es ist zum Erwarten. Es ist gute Chancen, etwas zu gewinnen. Es ist gute Zeit für die liebe Partnerschaft. Verbessert sich etwas? Es sind Kontakte. Inbestehende Partnerschaft ist eine Verbesserung, aber es ist wichtig, auf anderen zu gehen. Und die, die alleine sind, haben auch gute Chancen, jemanden kennenzulernen, aber nicht warten, sondern etwas unternehmen. Rausgehen, Kontakte pflegen und so kommen die Chancen. In diesem Kartenbild erscheint die Dame, und das betrifft die Damenwelt, schaut weg von diesem ganzen Bild. Und das entspricht den Gefühlen, die Emotionen. Alles ist zu viel. Man möchte am liebsten weglaufen. Man will von nichts hören und nichts sehen. Das ist die Stimmung bei den Damen. Der männliche Person hier im kalten Bild schaut in Freizeit. Das kann die Freizeitaktivitäten sein, oder ein Sport, oder ein Verein. Und da sind Unklarheiten. Läuft auch etwas falsch momentan. Es kann auch Probleme sein, was eine weibliche Person auslöst. Und hier trifft dieser Mann im Bild klare Entscheidungen. Kündigt dieser Sportverein, oder zieht er sich zurück und dreht sich um, und wird die Liebepartnerschaft und das Privatleben oder die Partnerin um die Partnerin kümmern. Und es ist wichtig, dass hier in diesem Bild der Mann beendet etwas, was er in Freizeit gerne macht. Weil das sind Unklarheiten, Schwierigkeiten und sogar Falschheit sichtbar im Bild. Und mehr auf die Partnerin zugeht, oder wenn er alleine ist, dann lieber darum kümmern, jemanden kennenzulernen. Hier in diesem Bild ist auch sichtbar, dass dieser Mann auch Gedanken macht und macht wichtige Entscheidungen in ihrem Leben. Und diese Entscheidungen wird helfen, dass die Finanzen verbessern, auch das Privatleben, auch das Liebesleben verbessert. In ämterlichen Situationen sind noch Schwierigkeiten. Es kann auch passieren, dass jemand noch keinen Termin bekommt und muss noch warten. Oder diese Sache, das kann Finanzamt sein, oder Bank, oder Gericht, oder kann auch eine Schulung bedeuten, dass da Hindernisse gibt. Die Sache läuft nichts voran. Eine Reise wird abgesagt, oder sind auf einer Reise auch Hindernisse. In Schulungen oder in einer Prüfung sind auch gerade Hindernisse da. Es wird nicht einfach sein. Was aber sehr gut ist, das ist die berufliche Situation. Bei vielen Menschen, besonders die Damen, bekommen auch Lob und Anerkennung. Und bei einigen Menschen ist das auch eine berufliche Veränderung und auch gleichzeitig eine berufliche Verbesserung. Und die Menschen, die auf einen Arbeitsvertrag warten, besonders die Damen, können damit rechnen, dass dieser Arbeitsvertrag auch kommt. Und das war mein Wochenorakel in Zeitraum von 13. November bis 19. November 2017. Diese Legung ist natürlich allgemein, aber es besteht die Möglichkeit für eine persönliche Legung. Und das können Sie gerne buchen. Unten bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Was ich noch empfehlen möchte, das ist mein eigener Hotline. Also ich bin auch telefonisch erreichbar. Oder die Blitzberatungen. Wie funktioniert es? Per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung.at.denderasusannamedici.com Sie beschreiben Ihre Lebenssituation, stellen Sie Ihre Frage und ich beantworte diese E-Mails natürlich auch blitzschnell. Mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.